Nein, die Ultimate Venom hat das Spiel betreten. Oh, Sirio. Sandy? Ja? Kannst du dich bewegen? Hat Sirio irgendwas eingestellt, dass er nicht mehr laufen kann? Ich bin nicht drin. Eine Kunde. Wie kannst du denn so schnell sterben? Du kommst auf den Server und bist tot. Muss los, Bruder. Kannst du laufen? Nein, ich kann nichts. Ich bewege mich nicht von der Stelle. Woran kann das liegen, dass wir beide nicht laufen können? Sirio? Ey, was macht denn Sirio? Warum hat er denn einen anderen Skin? Geh doch. Ich kann nicht gehen, Bro. Warte mal, ich teleportiere mich mal zu Sandra. Hey, Selfie. Jetzt stehen wir ineinander, Digger. Ja, ich kann nicht weglaufen. Was soll denn das? Wieso können wir uns denn nicht bewegen? Ein paar Sekunden später. Machen wir das jetzt mal. Hör her rum. Guck mal, ihr Idioten. Sollen wir es sagen? Ich habe gerade schon einen Trollface-Song abgespielt. Tja, guck mal, ihr Idioten. Wie blöd ihr seid. Haben wir einfach mal einen Chat geprankt. Ja, aber ich habe selber mal geprankt. Das war so ein schlechter Prank. Das war richtig. Peace, Leute. Was geht ab? Ich bin's Marvin. Ich bin's Geld mit Prank. Mal wieder. Peace, Leute. Was geht ab? Kuss, Digger. Selfie. Dein Haus ist immer noch am Arsch. Du hast in die Luft gesprengt. Wegen Badrock. Ich hatte einfach ihr eigenes Haus gesprengt. Kleiner Huss-Sohn. Ist neben dir eigentlich noch mein Bett? Luka und dein Erd. Bau doch ab. Wie denn? Ja, ich komme jetzt zu dir. Warte, wir gehen jetzt in die Höhle. Okay. Wir müssen jetzt auch wirklich ein bisschen vorankommen. Bleiben Sie doch mal bitte stehen. Komm, komm. Oh nein. Hast du ein Bett dabei? Nee. Mist. Ey, ich habe nicht mal ein Schild dabei, ich Idiot. Das ist eine ganz, ganz blöde Idee, dass ich hier gerade in der Höhle bin. Was? Geh mal schlafen. Concrafter Kill. Wie so dumm, ey. Concrafter Killer. Was machst du, Selfie? Eine Ewigkeit später. Wenn man theoretisch einfach sagt, die Villager sind jetzt Gärtner oder wie das dann heißt, dann kümmern die sich um den Scheiß hier. Ja, okay. Krass. Dann brauchen wir auch so einen Villager. Ich crafte mir jetzt ein Boot, dann nehme ich mal wieder einen mit. Okay, ich habe einen. Ich fahre wieder nach Hause. Warum ist das ein Boot? Das ist mein Boot. Das habe ich mir extra gecraftet. Das ist mein Boot. Bist du verloren? Das ist mein Boot. Nein, guck noch mal in deinem Inventar. Hier ist doch dein Boot, du Trottel. Ach so. Sorry. Jetzt ist der Gärtner, ne? Ja, und jetzt halt die Frage, um welches Feld er sich kümmert. Komm, komm mal hier hin. Wer? Soll er dir beim Hausbau helfen? Yes. Kann man den Bauarbeiter nennen? Hör mich so dumm, ey. Hä? Was ist denn das? Ich bin Level 30. Oh, Sandy, ich kann dir was verzaubern. Ja, zauber mir mal mein Haus wieder. Tut mir leid, kann man nichts machen. Sandy, lass schlafen, dann verzauber ich dir erstmal was. Also, Plan. So. Fit werden. Was war das denn jetzt? Ja, einmal kurz schütteln. Vollidiot. So, jetzt verzaubern wir Sandy was. Sandy, was möchtest du denn haben? Boah, das Coolste. Alles klar. Okay. Ich hab hier was relativ Gutes für dich, Sandy. Ein Bogen mit Unendlichkeit, das ist schon sehr krass. Der ist nicht so krass wie meiner, aber wie gesagt, das war geisteskrankes Glück, was ich hatte. Aber du brauchst jetzt nur noch einen Pfeil. Guck mal, Selfie. Das hier ist dein Bogen. Regnet es jetzt hier rein. Und das hier ist dein Pfeil. Nimm mal die beiden Sachen auf. Was? Wenn du mit dem Bogen jetzt schießt, brauchst du nur einen Pfeil. Du hast nur einen Pfeil im Inventar, aber du kannst unendlich oft schießen. Hä? Und wie? Ganz normal. Ja, rechts weg gedrückt halten. Auf irgendein Ziel gucken. Und dann einfach schießen. Ja, besser nicht auf mich. Alter. Selfie, du willst diesen Stress nicht. Du weißt das selbst. Ja, tschö mal, ja. Oha, krank bist du, ja? So, ich müde mich mal für Sandra. Wir nehmen ein TNT. Mal. Sie fahrgumt nicht aus. Und tun jetzt so, wenn wir in ein anderes Haus gehen. Als ob ich Sandra was zeigen wollen würde. Sie wird dadurch nicht sterben, aber das Haus wird dich in die Luft springen. Dann tue ich so, als ob sie irgendwie einen Creeper reingelockt hat. Also Leute, Sandra labert da gerade so weiter. Ich weiß nicht, was wer das bauen will. Ich bin aber gemutet für sie. Und werde jetzt dieses Haus hier so umbauen, dass wir eine Zweier-Tür hier reinbekommen. Nee, das ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Und der Boden hier auch aus Steinen sein wird. Bauen wir hier drunter ein TNT, ein Steinblock und eine Druckplatte. Und jetzt pranken wir Sandra und gehen auf Endnut. Sandy? Ja. Ich habe eine Idee. Aber wir wollen ja alles zusammen entscheiden. Also guck mal, mein Plan ist, ne? Mhm. Man kann ja hier die Treppe runterlaufen. Und dass ich dann so einen Weg hier an der Seite reinmache. Wo hier dieser Weg ist. Weil wir haben hier noch zwei so Häuser. Von Villagern. Mhm. Dass wir die halt theoretisch... Ich habe die gar nicht gesehen. Die Häuser hast du noch nie gesehen? Nee. Hier ist auf jeden Fall... Selfie. Ach, Kohle! Was, du das? Hast du einen Creeper mit angelockt? Ich bin es tagsüber! Das Haus, das ich jetzt gebaut habe, ist irgendwie gemütlicher, oder? Das hat man ein neues Haus. Das soll gemütlich sein. Hä? Guck doch mal rein. Wie findest du meinen Eingang? Voll cool, oder? Lass man den Stream beenden. Ich bin so müde. Ich merke das richtig. Ich bin richtig unproduktiv. Ich gehe auf, Leute, ne? Ja, tschau, Sandy. Die sagt einfach, ich gehe auf, Leute. Mach den Stream aus. Sieht so aus. Die beendet einfach ihren Stream so. Irr. Ey, Leute. Ich bin todmüde. Es tut mir unfassbar leid. Ich muss unbedingt Schlaf kriegen. Deswegen werden wir jetzt wieder einen ganz kleinen Streamer raiden. Okay, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.